Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Halfzone, One Night in Karazhan. Ja, wir sind hier beim Big Bad Wolf Heroic, deswegen auch Rotkäppchen, das Deckname, Decknamschen. Und ich probiere es hier mit einem Deathrattle Hunter Deck. Mit Deathrattle Dienern überflutet, die gegen die Diener überflutet, des guten Big Bad Wolves kämpfen sollen. Und dann Explosive Traps, auch ziemlich wichtig. Ich glaube, man muss dann halt so, und dann am Ende Ends of the Corruptor, für noch mehr Value und alles. Und zwar, wenn man halt quasi seine Scheiße sieht, dass unsere Minions halt 1-1-1 sind. Und, aber halt dann durch den Deathrattle kriegen wir dann halt vollwertige Diener und anderen Shit. Ach was. Ach so, jetzt habe ich eine Karte irgendwie... Vergesst noch eine zu tun. Warte mal. Dies ist aber was. Das Deck ist auch nicht so, habe ich auch nicht so 1-1 übernommen, sondern das habe ich noch ein bisschen angepasst. Zu meinem Interesse, noch ein paar Deathrattle Stars selbst in die Beschreibung geschrieben, wenn du da bessere Deathrattle Karten hast oder so, oder bessere Ideen, dann pack da einfach dort rein, was du willst. Und, ja. Ja, den zweiten Sludge-Belch habe ich vergessen. Hier, rein und dann. Zurück. Zu den Solo-Adventures. Zu Meroic. Zu Big Bad Wolf. Ah, Minions kostet 1 Mana, Anime Minions are 1-1. Das heißt, er hat halt alle Diener für 1 Mana, aber nur unsere sind 1-1, was halt ziemlich... sich ziemlich böse anhält, was er auch sehr böse ist. So. So. Rexha! Versus! The Big Bad Wolf! Run away, little girl! Run away! Let the hunt begin! Ah, so ist Muzur. Munchau. Ja, sehe ich. Jetzt. Oh, meine meine. Oh, meine. Oh, Granny, was große Minions hast du. The better to crush you with. Oh, for fuck's sake, what is that? 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 Nice, yeah, we need to build an explosive trap, so that it works. I'll find it right away. As you can see, when we are outvalued and so, I'll find it all the time, I'll find it in the explosive trap. Oh, for fuck's sake, what is that? 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 Bullshit! What the fuck? Nee, 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 ciao! Ciao! Fick dich! Pissnelkensohn, ey! Wurde er geschändet in seiner Kindheit, oder was? Awesome. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Nein, du schwanzsaugendes Stück Scheiße! Ich hasse dich! Ich will kill sie! Halt die Fresse! Ich will sie nur die Fresse! Halt die Fresse zu essen! Halt die Fresse! Gah! Ja, Gryphon's face under the geode, los gehts, los gehts, bitch! Yes. Jetzt haben wir die Kontrolle, du Piss, neilkommst. Jetzt können wir die exotische Person, wenn wir wollen. Nice. Nice. Oh, nur wenn der ex ist ziemlich scheiße, egal. Ah, nice, mit dem, mit dem Spawn of Enzoth kann ich noch das Neurium Egg rausholen. Ja, no chance mehr. Einmal den Explosive Trap getriggert und dann GG. Okay. Ah, gerade noch Liefer geholt, ey. Jop, im zweiten Try halt, im zweiten richtigen Try haben wir es geholt. Aha! The finale, await! Oh, der war so behind, bitte. Es ist 1 Uhr, ich will es einfach nur hinter mich bringen. Von The Big Bad Wolf, abgeschlotzen. Abge... 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 Klotz... Blah, blah, blah. Von The Cronen im nächsten Part und meine Güte, da habe ich schon Videos gesehen dazu, die sieht ganz und gar nicht gut aus, die sieht richtig assi aus. Aber das sehen wir dann im nächsten Part, bis dann und ciao.